3, 2, 1, geht's! Beim Einstockschießen ist wichtig, dass man die Daumen kennt. Das kleine eckige Holzding da unten. Dann den Stock braucht man. Zühlwasser ist ganz wichtig. Dann den Maa. Der Maa ist der, der auch schafft. Siehst du da einer? Ja, ich hab dich schon gewollt. Ja, ich hab dich schon gewollt. Ja, sehr gut. Habt ihr es gesehen? Ja. Eine Maß ist, wenn ich genau hinschüsse zu da. Genau da hinschüsse, massig schüsse. Ja, passt schon. Perfekt. Was ist denn da? Schau, ich sehe sie. Du gehst doch gar nicht mehr. Beim Einstockschießen sind wir 6 in 9 aus. Das heißt, 6 in 9 aus ist ein Punkt. Warte ganz kurz. Wenn du kriegst, wenn dein Stock von der eigenen Mannschaft am nächsten bei der Daumen ist, 9, wenn zwei von der eigenen Mannschaft dort sind und aus ist, einen ganzen Punkt hast, dann haben wir alle drei Punkte gezogen. Schaut gut aus. Jawohl, aus. Das ist die Kitzel hinten im Eis. Da hast du einen Halt. Da stößt du den Fuß rein in den Hintern. Und mit dem Vorhang, dass du einfach mit dem Hintern einen Halt hast. Das ist der Fuß. Wie geht das mit dem Aufstieg? Wie geht das mit dem Aufstieg? Na ja, weil es war alles leicht, ich bin nicht schwer. Was für ein Schuss. Was für ein Schuss. Er wird. Der war Wahnsinn. Prost. 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 Vielen Dank.